Muss man alle vier Eigenschaften miteinander kombinieren? Antwort, ja. Ja. Aber ich gebe euch eine schöne Botschaft. Es sind nicht nur 70.000, sondern wir haben noch andere Überlieferungen. Es sind viel mehr, als du und ich denken, viel mehr als 70.000. Und deswegen sollte man versuchen, und schaut mal, subhanallah, diese Sachen, die aufgezählt wurden, die brauchen schon ein E-Mail. Dass du wirklich dein vollstes Vertrauen auf Allah hast, das braucht E-Mail. Das ist nicht leicht. Aber was wird dein Lohn sein? Du gehst einfach in das Paradies ohne Abrechnung. Bi-Ihnillahi ta'ala.